Ja, dann fang ich an. Hallo, herzlich willkommen nach weiterer Folge Borderlands mit dem Max, mit dem Erik und mit mir. Und heut gehen wir auf Geburtstags-Party. Party, Party! Ich bin irgendwie hier oben auf dem Dach gelandet. Schön. Ne, also, cool. Oh, hier sind... Boah, tolle Sachen. Okay, toll. Und jetzt drüber zur Casa de Chica. Und dann werden wir ihr den Tag erhellen. Also metaphorisch gesehen, nicht, äh, nicht, nicht, nicht so wie mit einer Bombe. Tina löst dieses Problem zur Abwechslung mal mit einem Lächeln. Das nennt sich charakterliche Reife. Wo geht's denn hier hin? Weiß ich nicht, wo bist du denn? Ich bin jetzt ganz oben, hier auf meinem Boomtown-Schild, hier oben. Und, ist da was? Und ich hab mir versprochen, dass ich nicht noch einen verlieren werde. Nicht weinen, Tina? Weißt du, Enrique II. wurde von einem größeren Skeg gefressen. Das war scheiße. Ey. Enrique, der dritte starb auf dem Wochenmarkt. Ich will nicht darüber reden, aber sagen wir's mal so, ich kann mich dort nicht mehr trinken lassen. Huch. Oh, nice. Bin gerade voll über deinen Reifen gesprungen. Ja, ja. La, 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 la. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Geburtstagsfeiern, ne? Jetzt wird richtig gefeiert. Dann müssen wir erstmal Blumen sammeln, damit wir gute Gäste sind. Hardcore-Drogen. Schade, ich dachte, der muss das andere Auto holen. Ja, ich auch. Schade, ich hab's versteckt. Hast du gesehen? Ja. Wer möchte andere denn? Was denn? Nichts. 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 Ausdruck, bewusst aus Party. Party. Wo ist das die falsche Quest, oder? Stimmungskamdomen nicht, ist das es? Ist das die? Ist das die? Ich weiß es nicht. Aber wir hatten ja noch einen angenommen. Ja ja, also wirklich ein Geteinert. Okay. Cool. Na gut. Also, Blumen. Ist doch fast über Witcher. Schauen schön Kräuter-Sud abschöpfen. Da ist ein Blümchen. Was ist das für die Wrecks? Wo wir vorsehen? Bevor ich von Pandora aufbrach, habe ich Grays Schießen und Jagen beigebracht. Ich dachte es könnte nicht schaden, der nächsten Generation von Kammerjäger ein bisschen was zu zeigen. Die kleine hat Badness in den Genen. Du wirst schon sehen. Badness? Gut, du hast die Blumen. Ich bin schon fast auf der Party. Ich wollte vorher noch ein paar Wrecks mit Grays abknallen. Bring ja die Blumen mit. Die Kleine ist verrückt danach. Polizei. Okay, let's go. Ciao. Boah, ich bin oben geblieben. Krass. Boah, ich bin auf der Party. Das ist cool. Ich brauche sie für meine Sammlung. Töte sie. Oh ja. Töten. Töten den ganzen Tag. Töten, weil ich es mag. Schön dabei. Oh, was ist das? Oh. Oh. Oh, ich bin auf der Party. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Okay. Wow. Auf die Waffe oder wie? Oh, okay. Die epische Waffe. Huch. Na gut. Wie? Was denn? Die halten aber gut was aus, ne? Drüberfahren funktioniert echt gut Ach so Ach, deswegen die Partyballons hier überall Ach so Ja Hast du denn eine epische Waffe? Nee, ich hab die einmal liegen lassen Scheiß drauf, ich glaub die war von Fahnen, die er weggeworfen hat Was? Ich kenn nur einen, der so Dekadenten machen irgendwie Wenn man alles hat Für den Mann, der alles hat Oh Topi, machst du die Bluffballons kaputt Entschuldige bitte, da ist Geld drin Ich mach mit La 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 Oh badass Ja fucker Was? War nicht ganz so bäge Äh, wenn ich mal dachte Für einen Moment hier So Die Welpe explodiert immer so schön Darf ich die zitieren? Nein Wir müssen hier rüber, ne? Ja, da feiert das Mädchen Auf dem einsamen Felsen der Einsamkeit Oh, voll schön hier Ich hab dir keinen Bock mehr Du machst einfach die Brücke weg Happy Birthday to you Machen sie auch die Brücke weg Das ist halt in beide Richtungen Ja, das ist, ja gut Oh Verdammt das Wusste ich nicht Chris ist gestorben, als ich auf Eden 6 war War Kids Manchmal hasse ich diesen Planeten Bring, bring ihr die Blumen, okay? Ich brauch ne Minute Los Her damit Oh, das ist der Geburtstag Mhm Oh Ähm Happy Birthday to you Oh, wunderbar Noch mehr Kammerjäger auf Gracys Feier Wenn sie das sehen könnte, würde sie vor Freude in die Luft ballern Kommt her und quatscht ein bisschen mit mir Mordecai Mordecai nimmt Gracys Tod ganz schön mit Aber ich habe ihm gesagt, heute ist kein Tag der Trauer Das hätte Grace nicht gewollt Okay Gracie Tja, die War Kids haben sie mir genommen Wenn du da bist Fangen wir an Wir haben alles, was wir für Gracys Lieblingsspiele brauchen Ich habe sogar eine Jacobs Pistole Sie war eigentlich für Gracie, aber wenn irgendwer ihre Rekorde schlagen kann, gehört sie ihm Wenn nicht, begrabe ich die Pistole neben meiner kleinen Revolverheldin Äh Kommt alle her Es gibt Kuchen Wie wäre es mit einem Tortenwettessen, Kammerjäger? Ich stehe total auf Torten Wuhu Hat er mit Torten gesagt? Mein Mädchen konnte Kuchen essen, als ob sie einen Bandwurm hätte Letztes Jahr hat sie glatt elf Stücke verdrückt Das kannst sicher nicht mal du schlagen, Kammerjäger Achtung, Gracie Da hat es jemand auf deinen Titel abgesehen Seht euch diesen Kammerjäger an Willst du wirklich den Rekord meines toten Mädchens brechen? Das ist mutig von dir Hör jetzt auf zu futtern Versau es Hörschem nicht Okay, alle hergehört Wenn meine Gracie noch am Leben und nicht unter der Erde wäre, dann hätte sie euch alle zum Granatenwurf-Wettbewerb herausgefordert Gehen wir auf den Platz Grace Grace hatte den besten Wurfarm in Devil's Razor Ihr Rekord sind ganze 50 Punkte Versuch das mal zu schlagen, Kammerjäger Mh 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 Ja, auf die. Wie, der fangt da einfach schon. Warte, darfst du nicht ihn kommen lassen? Hahahaha. Gracies Rekord. Tja, wenn ihn schon jemand schlägt, dann wäre sie bestimmt froh, dass du das bist, Kammerjäger. Ganz bestimmt. Tja, jetzt ist nur noch die blöde Pinata übrig. Also, hau drauf! Willst du mit mir tanzen? Hä? Du spazierst hier rein, machst einen auf Badass und brichst den Rekord meiner Tochter? Tja, genau das hätte meine Gracie auch gemacht. Aber ich bin nicht Gracie. Und ich wollte auch nicht, dass sie ein Kammerjäger wird. Die Party ist vorbei. Die Pistole gehört dir. Ich hoffe, sie leistet dir gute Dienste. Die War-Kids haben Hunger. Ich suche mir einen guten Posten und knall jeden War-Kid ab, den ich sehe. Manchmal hasse ich diesen Planeten. Hey, deine Pistole ist scheiße. Ich gehe. Memento Mori heißt die Waffe auch noch. Ohohohohoho. Mh, bringen wir jeden kritischen Differ ein, gucken wir ins Magazin zurück. Oh! Oh, die ist aber gut! Oder ist nicht das falsch? Die ist doch gut, ne? Ich geb sie dem Mädchen. Wie, dem Mädchen? Ich schmeiß die hier weg. Hä, warum? Was ist mit dem Funk? Funk, was ist mit dir? Das war ihre Waffe! Tobi! Wir haben drei davon, das war nicht idel, es gibt mehrere davon. Das sind 1200 Franken, was ist los mit dir? Was ist los mit mir? Hat Tobi sich eingesammelt? Ja, ja. Verkauf die am Automaten. Direkt neben dem Mann. Wo ist sie? Hier. Zack, beide verkauft. Oh, wir sind so schön, Lies. Ja, war ne tolle Feier. Nicht eh. Oh, das Essen ist schmutzig. Happy Birthday to you! Party! 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 Ich bin sicher, es hätte ihr gefallen. Hm? Man hätt die Aufgaben ja auch anders lösen können, indem man ja die Sachen nicht schlägt. Aber, pff. Äh. Dann hätte Tobi ja nichts verkaufen können. Ja, richtig. Eben. Ich mach das Radio aus. Party ist vorbei. Oh, da oben ist ein Stuhl, warte mal. Da ist aber nichts, da war ich schon. Achso. Ja. Oh, Level Up. Ah. Hm, ja, ja. Aber nur wenn man springt. Ja. Oh, schön. Ja. Ja, das war schön. Ihr könnt uns immer zu euren Geburtstagen einladen. Ja. Ja. Wir kommen gerne zu dritt vorbei. Ja. Ja. Voll die Gang, Alter. Erstmal so ne Geburtstagsparty gesprengt. Geil. Ey, fang. Jetzt fangen wir weg. Jetzt tanke Bier. Das gute 05er. Das bisschen hier, Gott, wie hieß denn diese Serie mit diesen... Gorilla-tragenden Adidas-Hosen. Wie immer... Oh, Mann. So ein Feuerball-Junge. Ach, ja, die Holländer, ne? Ja, ja. Ja, ja. Der Rote Mongo. Ja, genau, genau. So ein bisschen sind wir unterwegs. Der seinen Bounty auch auf den Grill legt. Ja. Ist er hoch oder links? Äh, ja, du bist schon fast da, glaub ich. Oh, ne, doch. Nicht rein. Das wäre links. Ich seh's grad nicht, weil ich auch fangen muss. Schau mal, Tobi hinterher ist. Eine gute Idee. Oh, ne, oh, viel Traste. Aha, Tobi war richtig. Aha. Jetzt war der Tobi richtig. Was ist das für ein Kultistenscheiß? Wie ist das für ein Kultistenscheiß? Staust du in die Kiste gestiegen? Sie ist ein verdammtes Kadika! Oh nein, 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 nein! Frank ist auch da. Mensch, ich wußte, dass was nicht stimmt! Ich muss an der Kultistenscheiße liegen. Okay. Leiste alles mit meinem fröhlichen Herzchen zu, damit Schieger aufhört, sich wie eine Irre aufzuführen. Herzen kleben. Schön. Ein bisschen Freude hier. Ein bisschen Freude da. Für die fiese, miese Schieger mache ich alles wunderbar. Äh. Hallo? Jetzt mach schon. Klingle an der Tür und schau, ob die Herzen Schieger glücklich gemacht haben. Hallo? Verschwendet, Kammerdiebe! Ich bin nicht in Oferstimmung und nehmt eure dämlichste Herzen. Drück den Skag raus, oder ich schlag dir die Zähne aus. Weißt du was? Das war vielleicht etwas grob. Gib mir einfach den Skag. Dann wird eben doch geopfert. Na los, Hunde! Schieger, gib mir einfach mal einen guten Enrique zurück. Und ich lass dich mit meiner knalligen Aufendickung in Frieden, okay? Jeder Skag, diese Liebe des Strasse ist tot. Denn Enrique hat es bei mir besser. Sie hat nicht... Sie hat doch nicht gerade... Okay. Wir wollten das auf die nette Art lösen, aber jetzt hat die Zicke ein Problem mit uns. Ja, ihre Hunde sind jetzt auch nicht sehr... Ihr sollt besser einen Schritt zurücktreten. Oh. Ach da. Oh. Und jetzt rein da und finde meinen süßen Glückswaffin Enrico Suave. Oh ja, den Skag geht es viel besser hier drin. Und wenn Shiga dem süßen kleinen Schnuckel auch nur eine kleine Schuppe gekrümmt hat, reiß ich ihr das Gesicht ab und stopfe es ihr in die Kehle. Und dann reiß ich sie auch raus und stopfe beides in eine Bombe und die schicke ich in den Saal. Das ist einer von Shigas teuflischen Skaggs. Töte ihn! Ich habe gerade einen Yo-Kai-Skin gefunden. Ist das gut? Oh mein Goooooooottt! Das ist ein Dämon, ja. Mein süßer Knuddelbär! Ist denn ich der Beste? Ich liebe sein goldiges Gesichtchen! Na los! Besorg meinem Schatz ein paar Skaggleckereien, okay? Das sind Skaggleckereien. Komm zu mir, Kleiner. Wir befreien die Freiköten. Böser Junge, Enrique. Wie bitte? Er ist kein böser Junge. Er ist der beste Junge der Welt! Böser, böser Junge! Sie hat meinem Rieche wehgetan. Okay, das reicht. Du weißt, was zu tun ist. Ich will sie sein, den ich hilf! Oh, du willst dich ganz füttern! Lass mich dir hin! Ruhe! Hey Kammerjäger, lass Enrique am hinteren Tor raus! Aber klar, andere dürfen wir verletzen und töten, aber du willst das, was ich meine, nicht. Du rüllst tot von mir! Und ist das politisch nicht korrekt? Das ist einfach Doppelmoral. Ja! Okay, dann. Uh! So, was war das gerade? Pfff! Okay! Okay! Das war's schon, ne? Also war jetzt, äh... Ja, das war's. Ah, ne, öffne die Hintertür. Ich mach mal da, wo ihr gerade seid. Ich sehe Gesundheit! Hey, fang! Hey, mach mal die Hintertür auch. Schon besser! So! Jetzt wird alles wieder gut, Elbrücke! Komm zu Mama! Komm zu Mama! Komm zu Mama! Oh, und? Okay. Gut! Cool! Kehre zu, Kina zurück, okay! Cool! Oh, da vorne ist Opi gestorben. Bist du da noch? Oh! Das waren gute Zeiten! Oh, Mann! Als Opi gestorben war, waren gute Zeiten! Ja! Ich erinnere mich gerne dran zurück! Ja! Oh nein! Ich bin doof! Ich hab mich selber durchgesprungen! Nee, du lebst doch nicht! Hm? Noch lebst du doch! Hm? Wo? 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 Jabba! Tupi war klug, der hat unser Auto schon. Mhm-hm! Wir haben auch schnell aus meinem Auto geschnappt. Scheiss, Beastmaster! Autsch! Ja, so der Gedrugen ist ein Duum. Oh, komm her, mein hässliches kleines Lieblingsmonster! Das ist der Freund! Der ist der beste Mausi! Antworten wir! Wer ist der beste Mausi? Die sind dunkle Tage, Tomodachi. Wenn Freunde sich gegen Freunde wenden und linke Ladies zu Skagdieben werden. Egal, hier ist eine Belohnung. Jetzt will ich in Ruhe kuscheln. Wer ist das süßeste Skag-Arschgesicht? Bist du das? Bist du das? Ja, du bist das, Enrique, meine Knutschgugel. Ich hab dich so doll vermisst. Bist du nicht das Süßeste? Wie bist du nur so süß geworden? Seh dir das süße Gesicht an. Woher hast du das? Hast du es von einem noch süßeren Skag gestohlen? Hast du die Süße aus seiner Seele gestohlen? Sag, sag! Hast du alle Süßigkeiten gegessen, bis du dich in die süßeste aller Süßigkeiten verwandelt hast? Oh, ich wette, das hast du, kleiner Rubensengel. Erinnert mich an ihren Pahn. Oh, du bist so süß. Ich könnte dich auch fressen. Genau. Ich fange mit deinen süßen Zehen an und werde sie in Essig einlegen und dich in einen kleinen Oben stellen. Und ich werde dich bei 180 Grad backen und dann werde ich dich verschlingen. Was? Mann, das wurde seltsam. Warum will ich immer süße Sachen essen? Soll ich das untersuchen lassen? Wie auch immer. Ich werde das mit einem Bissen. Nur ein großer Bissen. Mumf, 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 mumf. Ich krieg dich. Ja, wir müssen auch mal weg. Tobi, was ist denn so ein Rockhout? Ja, was ist denn? Ich weiß nicht, der sieht cool aus, ne? KFC-Statue? Ja, wahrscheinlich. Oh. Cool. Hier hinten ist natürlich nix. Nö. Naja. Autobahn. Oh. Danke. Hä, was denn? Hm. Wo ist denn hier das Autochin? Kann man hier alles holen? Ja, nee. Nee, kann man hier alles holen. Cool. Alles klar. Nee, müsste wieder von vorne anfangen. Ja, sieht's aus. Wo ist die nächste Autostation? Die ist ewigkeitenweit weg. Die ist... Funk, das war jetzt echt unnötig. Also, das war... Da... Daran habe ich auch nicht gedacht. Was da hier nirgendwo eine Autostation ist, ne? Ja, muss ich da... Muss ich da der Folge beenden. Und dann muss ich erst mal... Off... Offscreen ein Auto holen. Guck mal, wie ich hier gemoppt werde einfach. Von diesen beiden Bastarden. Ja. Ja. Jetzt sei mal nicht so rabiat, was denn das ist. Das ist eigentlich auch noch andere Hobbys, außer halt dein Auto die ganze Zeit zu holen. Ich hau fetten Schwein aus Darmstoff und fresse... So. Splinterlands. Weiß ich nicht. Der muss jetzt schon unterwegs sein. Das gibt's ja gar nicht. Der kennt das Spiel auch schon ausfindig. Nee, das ist es halt, ne? Oh, Splinterlands sind voll toll. Ich bin grad da. Ich bin grad grad dran. Und das ist jetzt... Ja. Das ist hier drin. Huch! Oh. Ähm. Cool. Boah. Okay. Schickes Cosplay. Du hast die Splinterlands erreicht Der Carnivora müsste noch in der Nähe sein Das Festival zieht durch Pandora Immer dorthin, wo genug Irre die Ränge füllen Sie sind schon seit einer Weile hier draußen Also muss das Opfergeschäft voll brummen Du wirst es schon erkennen, wenn du es siehst So Hier Der Hof Du da, genau du Die Honeywales brauchen dringend ein paar tatkräftige Hände Oh, danke, mein Schatz. Ich wusste, dass ich auch in dieser düsteren Zeit auf die Hilfsbereitschaft von Fremden zählen kann. Trifft mich auf dem Hof. Okay. Ich hoffe doch. Was? Was? Guck dir was. Entschuldigung. Manchmal bin ich traurig. Fickt. Das ist der Master Chief gewesen. Gewesen. Wo ist denn der? Oh. Da drüben war alles. Sieht aus wie ein Zoo mit angebundenem Fleischwolf. Ja, da bist du richtig. Carnivora ist übrigens mega exklusiv. Da kommen nur die engagiertesten Anhänger rein. Du wirst also deinen Wagen als Opfer schmetten müssen. Was? Was heißt denn Wagen spenden? Kennst du das Wort spenden, ne? Ne. Das ist aber ein Twitch, ne? Gondios, ja. Wenn die Gondios reinhageln. Gondios? Ihr seid schwach. Noch einer. Mehr. Ne, ich weiß nicht, wie was spenden heißt. Was hast du das? Warum hast du das? Ich weiß nicht. Was nicht? Das klingt nicht korrekt. Ist das ein englischer Name? Spandan? Spandan. Wo? Boah, oh. Die sind alte Wagen. Oder? Oh, oh. Oh, richtig geile Sachen. Die steht viel zu aufrecht. Als sie alt ist. Hä, die ist gar nicht für Rahmen gebeugt. Und vor allem die Haut, noch viel zu weich. Oh, wow, das ist natürlich nach der Sprache krass. Ich war ein böser Schlingel. Paar und ich sind einfache Leute. Wir haben uns hier wegen der Abgeschiedenheit nie gewusst. Wir sind ehrliche Menschen, die das ehrliche Land bearbeiten. Und ehrliche Supraleiter im Schuppen bauen. So, wie es sich gehört. Mann. Hey, Tobi, nice. Ich komme nicht mehr weg, wer hat mich hier hingeschoben? Du warst da schon drin. Echt? Tja, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ja, dann machen wir erstmal unnötig weiter. Ja. Aber beide im selben Moment. Steigt das so, wir helfen hier beim Ausparken. Aber kannst du nicht, warte mal, kannst du nicht rausgehen und schlag mal dann, also wirklich, schlag mal dann dein Vehikel. So wie bei Halo oder was? Bam. Ah jo, sauber. Cool. Tschüss, Erik. Danke voll. Hä? 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 Tschüss, Erik. Klug hier, Max. Das klingt so, als ob diese Schlingel den Kern unserer Windturbine als Bassverstärker für ihre Musikstunden benutzen. Das macht Ihnen sicher nichts aus, wenn du die zurückbringst. Sie können eine Pause von all diesen Gejohle und Gebrille brauchen. Guck mal da rein. Oh, wie gemein. Erik passt nicht rein. Ne. Oh, was ist denn da? Das ist mein wer, der ist. Okay, einer tot. Sieht das. Diese Granaten, Alter. An die D-Selligkeit ist er zurückgegangen. Achte. Die Mucke. Hä, ist dieser? Manchmal frage ich mich, ob die Granaten vielleicht ein bisschen imbar sind. Hä? Ich bin schon sehr stark. Oh, du, du denkst dich, ey. Cool. Oh, du, 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 du. Oh, du, du, du. Ich bin schon sehr stark. Dann hast du ihn kalt gemacht. Jetzt ist er ganz still. Ach, 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 ach! Ach, ach, ach! Ach, ach, ach! Ach, ach! Ach, ach! Ach, ach, ach! Itz, 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 itz. Oh, da kommt der Wasser. Motosaurus, Sirenenkopf. Gut. Den hast du doch schon, oder? Motosaurus? Welcher war denn? Hast du da mit dem Helm? Hier drüben war mit Gesundheit! Da muss ich ja unten dran stehen, ob der ja schon bekannt ist bei dir. Ich glaub, der war noch nicht bekannt. Ich guck mal kurz zu. Aber das kleine Plastik, das war schon bekannt. Ah doch, Motosaurus hab ich schon. Hä? 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 Hä, das hä? Bei mir, wenn die Icons grad völlig buggy. Okay, cool. So. So. Ich zu. Danke mein Schatz. Du hast ihnen einen echten Gefallen getan. Diese Bässe sind schlecht für die Ohren. Da könnte man ja gleich Party in der Druckquelle eines Klasse 12 Himmelsreißer Sprengkopf machen. Ha! Ha! Die Oma! Ha! Ha! Die Oma! Nice, Oma! Ma und Pa! Die Oma! Die Oma! Die Oma! Da! Wo? Oh, was ist denn da? Nichts. Oh, Hämmerner, Hämmerner. Hämmerner, Hämmerner! Hämmerner, Hämmerner! Oh, was ist das denn? Hab ich gerade aufgemacht Unser Geschlecht stirbt aus Okay Alles klar Gut Das, äh, vielleicht, äh, oh halt Hallo Iridium So, in der nächsten Folge holen wir die Sicherung, oder wat? Meinst du, wollen wir machen? Klar Also gerade die Sicherung, das wird schon krass, oder? Ja klar Aber der hat mir auch immer ne Sicherung gewünscht Der Kopf, der Kopf hier sieht auch nicht sehr geil aus Mit dem Ladebildschirm Sieht echt nice aus Schön Na gut, würd ich sagen, nächste Folge Jop, 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 jop Jop, 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 jop Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss